Hallo, ja, Dankeschön. Schönen Abend. Alle zusammen, Congratulations zu Jamie und seiner Mannschaft. Wir haben ein gutes Spiel gespielt von unserer Seite. Das erste Problem war einfach zu offensiv. Ich glaube, drei von den ersten vier Toren waren zwei gegen eins. Wenn ein Verteidiger zu weit nach vorne ist, wir haben ihn nicht ersetzt mit einem von den Stürmern. Das war deutlich zu sehen. Nach 4 zu 1 haben wir angefangen, das Spiel zu jagen und zu risiko zu machen. Islund hat ihre Chancen sehr gut ausgenutzt und das war das Spiel. Am Ende haben wir weitergepresst, lauter Zuschauer hier zu Hause. Das ist die Motivation, weiter zu marchieren. Und wir haben nicht reagiert. Egal ob du fünf Tore hinten bist oder sechs Tore hinten bist. Am Ende das Spiel, wenn der Gegner ist heiß und sie wollen Tore schießen, man darf nicht aufhören. Und zu viele Spieler von uns haben einfach, die wollen die letzten fünf oder sechs Minuten einfach abschenken. Und am Ende, das war eine sehr bittere Niederlage. Wir müssen das aber richtig nutzen für die nächsten Spiele. Weil die letzten zwei Spiele, Fakt ist, wir haben 15 Gegentore gehabt. Und nur ein Tor, fünf gegen fünf. Diese offensiven Risiken nach vorne laufen, helft uns nichts. Und wir müssen das ganz schnell ändern. Dankeschön. Vielen Dank, Martin. Hier, Renek, gibt es Fragen an den Coach aus Nürnberg? Nach dem 2 zu 7 gegen München, heute das 2 zu 8. Geraten die Playoffs noch in Nürnberg in Gefahr? Sie haben jetzt noch sechs Punkte Abstand zu Krefeld. Das ist nicht viel, das war alles möglich. Zwei enttäuschende Auftritte. Geraten die Playoffs noch in Nürnberg? Wir sind sechs Punkte vorne. Wir haben auch, ich glaube, jede Mannschaft in dieser Liga hat zwei Spiele nacheinander verloren. Ich glaube, wir haben trotzdem gute Karten. Ich glaube, Krefeld und Berlin würden mit uns gerne tauschen momentan. Oder nicht Berlin, die sind jetzt vorne, die haben heute gewonnen. Fakt ist, wir haben noch sechs Punkte Vorsprung. So, wir müssen jetzt nach diesen zwei Niederlagen regroup machen und weiter und besser spielen. Ja, danke. Ja, die Sitzwerte allgemein für unsere Mannschaft, bin ich sehr glücklich und, ich sage mal, stolz, dass die Jungs vom Spiel in Augsburg gekämpft haben und heute genauso. Ich denke, das Ergebnis war ein bisschen zu hoch, wie das Spiel war. Man hat gesehen von beiden Mannschaften, ich glaube, dass beide Mannschaften drei Spiele in fünf Tagen, wir waren teilweise sehr gut, sehr genau und teilweise ein bisschen schlampig war es im Moment. Nico hat sehr gut im Tor gespielt und so ein Spiel hat mich gefreut für die Jungs. Ich glaube, jeder hat heute ein paar Punkte gemacht und hat ein bisschen offensiv reingebracht. Von da war es ganz gut. Die Jungs haben gekämpft, die haben gut gefolgt. Ich denke, in der neutralen Zone waren wir ganz gut. Das war sehr, sehr wichtig. Es war ein bisschen offener im zweiten und dritten Rittel, aber im ganzen Großen bin ich sehr glücklich mit dem Sieg. Nürnberg ist eine Top-Mannschaft und wir haben auch gewusst, dass die ein hartes Spiel in München gehabt haben. Es war genau umgekehrt in Nürnberg und nicht so hoch vom Ergebnis her. Wir wollten ein bisschen Revenge machen gegen Nürnberg. Ein wichtiges Spiel für die Jungs im Raum in der Mannschaft ist sehr, sehr wichtig. Wir haben noch fünf Spiele in Augsburg zu spielen und ich bin froh, dass die Jungs noch Gas geben und das müssen wir machen, bis die Saison endet ist. Danke.